Mein Name ist Broniman Nurs, über den Namen Bromsen. Ich arbeite seit 23 Jahren bei Engeloch AG als Postautoschauffeur. Nebendran revigiere ich die Postautohörner. Die Posthörner haben wir vor allem hier oben, weil wir noch eine Bergstrasse haben. Für die verkehrlichen Strasse zu warnen, holen wir gerne noch mit einem Postautohörner. Das Posthorn revidieren, wenn es A komplett falsch klingt, wenn es nicht mehr trägt, es kommt nur noch ein Ton oder es hat es auch schon gegeben, es kommt gar nichts mehr. Ein perfektes Posthorn muss so klingt. , ein Blick muss er sein, dass Louboutin Vater hier verf Estaigeral war. Ich binMoment twenty